Wenn ihr euch am Ende dieser Reihe über die Professionalisierung der Selbstdarstellung in digitalen Formaten fragt, ob es nun auch wirklich eine hochwertige USB-Kamera gibt, mit der man wirklich herausragend gute Bilder in Full-HD-Auflösung übertragen kann, muss ich glaube ich sagen, nee, nee, nee. Also, die gibt es nicht. Meiner Erfahrung nach gibt es keine wirklich qualitativ hochwertige USB-Webcam. Ja, und wir reden hier wirklich auch von Kameras und einem Preissegment von um die 100 Euro herum, die vielleicht eher herausragend im Mittelfeld sind, aber noch weit weg von dem Begriff qualitativ hochwertig überhaupt sind. Bevor wir da aber drauf einsteigen, erst nochmal ein kleiner Schwenk auf diesen Begriff der Qualität der Bildübertragung. Wodurch entsteht überhaupt die gute Qualität? Die ist nämlich nicht nur von der Kamera abhängig. Und oft können wir mit den äußeren Faktoren schon ein bisschen kompensieren und schrauben, wenn wir nämlich auch mit dem eigentlichen Bild unserer Webcam nicht so ganz zufrieden sind. Und das A und O ist hier einfach eine gute Beleuchtung. Das merken wir zum Beispiel bei Smartphone-Kameras. Aktuelle Kameras machen alle bei gutem Wetter, blauer Himmel, Sonnenschein, machen die alle hervorragende Fotos. Da kann man nicht meckern, da sieht man auch teilweise gar keinen Unterschied mehr. Die qualitativen Unterschiede, die sieht man erst, wenn das Licht ein bisschen diffuser wird oder wenn es anfängt, dunkler zu werden und dann der Sensor in der Kamera nicht mehr alle Informationen verarbeiten kann. Dann haben wir ganz oft ein sogenanntes Bildrauschen. Das sind dann so Krisselelemente, die wir im Bild haben. Es fängt an, nicht mehr scharf zu sein. Und wie gesagt, die Kamera ist nicht mehr in der Lage, diese Bildinformationen entsprechend zu verarbeiten. Das heißt, mit einer guten Beleuchtung können wir schon mal eine sehr gute Grundlage für eine qualitativ gute Übertragung des Bildes oder für die Erstellung eines Bildes einfach auch mal schaffen. Der zweite Punkt ist die Internetverbindung bei den digitalen Formaten. Hier hat sich ganz klar auch gezeigt, dass kabelgebundene Geräte eine wesentlich stabilere Verbindung haben als Geräte, die über WLAN verbunden sind. Und wenn die Verbindung fluktuiert und schwankt, dann reduzieren Videokonferenzsysteme als allererstes die Videoqualität und dann erst die Audioqualität. Das heißt, es kann sein, wenn es Schwankungen in der Leitung gibt, das kriegt man ja auch nicht immer mit, dass denn das Videokonferenzsystem von alleine ganz automatisch einfach die Videoqualität reduziert. Da haben wir gar keinen Einfluss drauf. Außer, wie gesagt, dafür zu sorgen, dass wir halt möglichst stabile und eine gute Internetverbindung haben. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel auch die Wahl des Videokonferenzsystems. Unterschiedliche Systeme übertragen in unterschiedlichen Qualitätsstufen. Es gibt Videokonferenzsysteme, die übertragen in einer niedrigen Qualitätsstufe und es gibt Videokonferenzsysteme, die übertragen in einer höheren Qualitätsstufe. Das muss man einfach nur wissen, weil es auch sein kann, dass ich mit der gleichen Kamera, der gleichen Internetverbindung in unterschiedlichen Systemen einfach unterschiedliche Bildqualitäten haben kann. Und dann darf ich mich einfach nicht wundern, das liegt dann einfach auch an dem Videokonferenzsystem. Ansonsten haben wir in der Regel fest verbaute Kameras in unseren Laptops, in Computern, in Monitoren sind auch schon viele verbaut. Es gibt auch zahlreiche externe Webcams, die wir per USB anschließen können und auch nutzen können. Und die sind vom Bild her sehr, sehr durchwachsen. Also in der Regel eher im ganz, ganz untersten Mittelfeld. Und es gibt einige Webcams, die auch wirklich, ich sag mal, ein solides Bild erzeugen, was auch in Ordnung ist. Wenn ich allerdings ein wirklich sehr gutes Bild erzeugen möchte, wie das jetzt zum Beispiel in diesem Video ist, dann bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als zum Beispiel eine Systemkamera oder eine Spiegelreflexkamera oder einen Camcorder auszuweichen. Die haben zwar einen HDMI-Ausgang, aber da gibt es Geräte, wie zum Beispiel ein AT-Mini oder auch ein Cam Link von der Firma Elgato. Da kann ich HDMI-Geräte anschließen per USB an den Computer und dann eine bestehende Spiegelreflexkamera einfach auch als Webcam benutzen. Und hier liegt es natürlich nah. Also eine gute Kamera, eine Systemkamera, eine Spiegelreflexkamera, die haben natürlich einen viel größeren Sensor, die haben eine ganz andere Grundlage, mit Bildinformationen umzugehen und die erzeugen natürlich ein wesentlich besseres Bild, auch vom Dynamikumfang her, als zum Beispiel jetzt irgendwie eine eingebaute Webcam. Kurzum, was können wir machen, wenn ihr mit eurem Webcam-Bild nicht zufrieden seid? Der erste Griff ist natürlich auch vom Geldbeutel her gesehen, die Investition in eine externe Webcam. Und hier zeigt einfach die Erfahrung, man muss schon so in den Bereich um die 80 bis 100 Euro auch investieren, um ein solides Modell auch zu bekommen. Die namhaften Markenhersteller wie Logitech, die haben in der Regel alle vergleichbare Ergebnisse. Ansonsten kann man da, glaube ich, auch kein pauschales Urteil fällen. Da muss man einfach ausprobieren. Und wenn man nicht zufrieden ist, die Kameras zur Not einfach nochmal umtauschen oder zurückschicken. Aber wie sieht es bei euch aus? Was für Kameras habt ihr? Oder kann es auch sein, dass ihr zum Beispiel auch eine ganz andere Einstellung zu diesem Thema der Kameras auch habt als ich? Dann lasst uns einfach auch mal darüber diskutieren. Auch gerne, wo für euch so die Qualitätsstandards sind, wo für euch auch so die Grenze ist. Oder vielleicht habt ihr auch einfach Geräte, die ihr auch einfach empfehlen könnt für digitale Formate. Dann nutzt ihr einfach die Kommentare. Ich freue mich auf den Austausch und wünsche euch alles Gute. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.